neue saison für unsere raster jungs und auch eine neue version für unsere raster app der ollenboschen volksleitung hier gibt es mehr informationen über raster fechter die neuigkeiten direkt aus der ov auf euer smartphone immer informiert was rund um raster passiert und natürlich ganz wichtig unbedingt mit dabei sein muss der live ticker ganz wichtig für jedes auswärtsspiel alle spielaktionen direkt in der app und natürlich jede menge mehr jetzt downloaden für alle ios kunden für alle apple kunden im apple ios store und für android im google play store